so 321 willkommen zurück bei farmmanager 2018 ja ich habe dummerweise in den alten folgen richtig blöde verluste gemacht deshalb habe ich jetzt mal ein paar mehr kühe investiert dummerweise fehlen jetzt die arbeiter um hier zu bewässern ich versuche es noch mal es ist einer frei geworden hier soll der bessere meine erdbeeren nein das sind nicht die schnell schnell bessere die was immer das ist rocken kultivieren habe ich jetzt noch jemanden über nein tiere sind bereit zur fortpflanzung zeigt mir 23 tiere rufen so wie sieht es mit den kühen aus die geben noch fleißig milch ist es richtig ja mega mega scheiße hier alles feuchtigkeit aussaat du und zwar lupin kerne war das richtig scheiße nein du machst erst mal mist hier drauf auswählen du auswählen scheiße arbeiten oh gott oh gott zur feuchtigkeit für die erdbeeren muss hoch gehalten werden will die wald mal ernten ernten vier tage okay geil wetter alarm zur niedrige luftfeuchtigkeit feuchtigkeit feuchtigkeit drauf bringen wie sieht es jetzt hier aus drei tage kann hier geerntet werden moment kultivieren jawohl machst du mal größe der ernte arbeiten anzeigen wie viele hühner haben wir denn jetzt 26 und 30 noch mal so bringt eier und milch verkauf eierpreise sind einfach im arsch was machst du eigentlich grad düngen nein doch düngen oder ja klar das war der kollege mit der scheiße pop pop hier läuft alles noch mies 35 eier ich mach mal schneller 19.000 ist alles rückläufig meine einnahmen hier ernte 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 ernten arbeiten wie sieht es hier aus verbleibend gießen mädel du gießen los es wird hektisch 19.000 erdbeeren geerntet ok geil gleich auf dem markt schnell verkaufen bevor sie nichts mehr wert sind verkaufen 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 kuhmilch Tiere sind krank was verkaufen anzeigen äh tierarzt rufen schnell das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein Tiere sind krank zwei stück oh gott oh gott oh gott und jetzt alle gesund ok geiler tierarzt ging zumindest mal fix hier hier wässerst du mal schnell hier kann gesät werden was machst du mal und zwar Lupin kerne arbeiten so hier erstmal scheiße drauf das kannst du gut und zwar Mist und hier hinten kultiviert mal noch einer und zwar du arbeiten oh gott wenn ich mal hier ne Kuh verkaufe mal eine verkaufe und hier verkaufen auch mal wenn der Tierarzt kommt kann ich die besamen lassen habe ich das richtig verstanden verkaufe Kuhmilch verkaufe so ich bitte drum dass es mehr Kühe werden so bitte 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 wobei nach dem Gärfutter kann ich auch mal schauen mit 1000 verkaufe Erfolg was für ein Erfolg hatte ich Tieres anzeigen wow ich war gespannt ob es wieder ähm 30 Tiere werden so komm 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 28 verkaufen 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 so 3 Leute die nichts zu tun haben Hoffbarkeit da sieht gut aus ähm pappp keine Ernte keine Ernte keine Ernte auswählen du und zwar wollte ich Sonnenblumen 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 hier kaufen verkaufen ich jetzt flöte Sonnenblumen mit die geschissen Sonnenblumen hier Arbeit Anzeigen Anzeigen Ofen so hier macht jemand bitte scheiße drauf und zwar du wie immer Arbeiten 8 Tage hier sehr sehr viele Tage 74 Kühe wollen irgendwie noch nicht an Fortpflanzung denken Schade 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 gut 24.000 haben wir Pflanze Lupin Kerne aufs Feld Mais Kerne Sonnenblumen du machst ja scheiße drauf ja sechs Tage für die Erdbeeren äh Verkauf Hühnereier Autohandel Hühnereier Autohandel und Kuhmilch Autohandel ich hoffe das ist Verkauf so unendlich 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 so da hoffe ich mal dass das jetzt funktioniert äh Hühner verkauf hier ist noch nichts Pflanze Sonnenblumen aufs Feld habe ich auch gemacht geil so jetzt möchte ich hier was war das noch Mais 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 gerne kaufen auswählen was machst du mal liebe 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 ja arbeiten so sieht's aus 51 Tage hier kann man Ernte machen 5er Erntefrau arbeiten hier können wir noch mal Wasser drauf werfen was machst du arbeiten Tiere sind bereit sofort Pflanzer so dass die Kühe nie wollen da würde ich aber richtig Geld verdienen mit Gehante Erdbeeren Ok Bühne Eier Kuhmilch Warum wird das nicht verkauft Verkauf Erdbeeren 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 Verkauf Bühne Eier Ja ich hab doch Autohandel Verkaufen Kuhmilch Verkaufen Gut Maiskerner werden ja jetzt angepflanzt Arbeiten Absprechen Achso die ruht sich grad aus Gut 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 Hier wird noch gefaulenzt Hier wird noch gefaulenzt Das Ich hab noch nicht mal was drin Ich hab noch nicht mal was drin Alle hatten Kornart Wir werden die Silos geplagert Ich denke es lohnt sich ein mittleres Silo zu errichten Plötzlich Künftige Mittleres Silo Repariere Haus des Inhabers Okay Dann mach ich erst mal folgende Hände Ich sag tschüss und tschau bis zum nächsten Mal bei Farmmanager 2018 Tschüss Tschüss Ciao bis demnächst Tschüss Bis demnächst Vielen Dank.